Peter Aumer ist mein Landrat, weil er als Bundestagsabgeordneter viel für unsere Heimat bewegt hat und einen guten Traut nach München und Berlin hat. Peter Aumer ist mein Landrat, weil er nicht lange redet, sondern anpackt und darauf schaut, dass es uns gut geht. Peter Aumer ist mein Landrat, weil er sich für die Leute vor Ort einsetzt, weil ich schon öfters erleben habe dürfen, dass der Peter das, was er verspricht, einhält und weil er sich für den Bürger und auch für die kleinen Leute einsetzt. Am 16. März bitte ich um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme, damit ich weiter mit ganzer Kraft für unsere Heimat arbeiten kann.